Hallo Leute, willkommen zu der neuen Folge Minecraft. Und ja, wir haben noch das Haus zu Ende gebaut und noch ein bisschen gefarmte Minions zu Ende farmen lassen. Ja, und jetzt sind wir halt wieder hier. Ich wollte in dieser Folge ein bisschen Sand machen. Äh, ein bisschen Sand machen. Ähm, Glas machen. Und wir haben... Ich hab den Masterstaff. Und Leon ist auch mit den Dinosauriern ziemlich weit. Ja, ich hab ein... Das hättet ihr sehen müssen. Da war so ein Plezosaurus. Einfach... Keller war ein... Plezosaurus war das, glaub ich. Nee, kein Plezosaurus, ein... Warte, ich kann gucken. Ein... Pfeilurisaurus, ein Pfeilurisaurus. Ein Pfeilurosaurus, ja. So, MZ, Dickmannschaft. Gut, und hier haben wir halt alles mit Kappen in der Blöcke gemacht, das Haus. Also, ähm... Ich find's ist ganz schnieker. So, meine Graben jetzt auch. Mh. Muss so eine Kiste machen, sonst nehm ich es nicht. Ich weiß, aber ich hab kein Holz. Ach. Gut. Zack, sechs Glas. Und dann... Zack, 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 zack. Und zack. Und dann haben wir genug Glas auch. Was war das denn für ein... ...ein special Move? Hä? So, und, ähm... Ja, packen wir jetzt hier noch das Glas rein. Zack. Was? Ach, nee, du ahnst es nicht. Was? Ach, du ahnst es nicht. Oh, das ist nicht so schlimm. Och, nee. Haha, guck mal. Weil es da drum Carpenter-Blöcke sind, deswegen. Dann lass das doch einfach auf. Nee, ich will kein Dings auf dem Dings haben. Was? Ja. Hey. 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 Und so haben wir unser Haus mit Glas ausgestattet. Und dasselbe nochmal hier. Und das muss aus, außen muss es weg. So, dann machen wir auch ein bisschen hier. So, dann machen wir das Kappen. Dann machen wir das Kappen. Ja, dann haben wir ein Kappen. Ja, dann haben wir ein Kappen. Hier ist unser Forschungslabor. Ja, aber das wird später ein ganz normaler Keller. Mit den Sachen, was wir uns jetzt noch machen müssen, ist der Boden. Die machen das ganz normalen Holz, oder? Ja. Dann helfen wir mal den Wingslust zu kloppen hier. Und das ist die Kappen. Und das ist die Kappen. Und das ist die Kappen. um okay warte ich bin weg ich bin geschlagen ich bin geschlagen Gesundheit guten Appetit ach stimmt die Wette Fynn ich kann es vergessen ich denke ich bin geschlagen ich bin geschlagen ich habe den H ich kann aber schnell welches ja ich hab's geschafft ist du bist raus das geschildes geschlossen ich brauche auch noch an milch bist du denn ein milchiger freund oder bist du ein milch-gubi-freund ich bin alles der war so flach der war flacher als der flach der war flacher als flach so essen die blaubeere also wenn wir wenn wir das fertig haben dann würde ich sagen dann machen wir die auch folgen erfolgen mal unser folgen Ende weil es ist so viel kurz hat gewesen aber müssen wir müssen auch mal eine komplette Pause machen haben ja auch genug Folgen erst mal gebracht so jetzt muss ich erst mal warten ich brauche eine Kiste ja wo zum Haus ach du möchtest einer bauen ja ich brauche eine Kiste in einer von unseren Kisten ist Holz von unseren Häusern ist er von unseren Häusern ja von unseren dann muss man sagen ich habe es auch voll von Holz so jetzt haben wir auf jeden Fall um uns gemacht ja gut Leute an der Stelle beende ich die Folge ist etwas kürzer aber aber das könnt ihr ja das könnt ihr ja verstehen vielleicht und ähm ja ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es euch gefallen hat dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bis zum nächsten Mal tschau tschau tschau